Was geht ab, Leute? Hahaha, ist das geil? Das ist doch nice, oder? Boom, Alter. Willkommen bei Call of Duty Free For All. Auf Ignition. Mit der Ripper. Also wenn ich jetzt hier reingehe, weiß ich, gibt es eine IRD. Und ein Camper. Ich höre etwas. Der hat nicht mitgekickt, das Mann. Jetzt höre ich wieder nichts. Jetzt höre ich wieder nichts. Ah. Hahaha. Uh, ich bin ja richtig gut unterwegs. Oh mein Gott. Wenn ich schon einen Sniper sehe, kriege ich Angst. Da ist er. Oh mein Gott. Ich bin ja richtig gut drauf. Sie meint es. Uh. Mein Gott. Ich höre hier etwas. Spezi. Es wird bestimmt mich einer dissen. Ey, du rushst ja gar nicht bei Ghost. Ey, der disst mich. Bitte. Oh oh. Der sitzt da. Scheiße. Der sitzt da oben. Ne. Ich hasse dieses Geräusch, weil der kann ich immer nicht Sound horn. Bei der dummen Rakete, Alter. Sieht doch ganz gut aus. Ey, wie's Bieste. 16er Streak. 17er Streak. Sieht da richtig gut aus. Wie wär's mit einem Live-Mower-App? Oh, nur noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch eins. Noch eins. Meine Fresse. Oh, ich geh jetzt auf Nummer sicher. Boom. Boom. Live-Campstrike-Gift. Oh, du. Dieses Spiel hat mich dermaßen frustriert. Ist mir egal, Alter. Dieses Spiel hat mich dermaßen frustriert. Und jetzt live. Ist mir egal. Ich hab da nur diesen scheiß Bereich abgearbeitet. Aber diesem scheiß Spiel, in dem man nicht rushen kann, Alter. Fick das Spiel, Mann. Das ist die Live-Camp, Mann. Clint out, Mann. Der Rage ist mein... Ne, das musst du jetzt mal raus. Ich hab nur auf die Fresse in diesem Spiel seit Samstag, Mann. Und jetzt hab ich ne fucking Cam auf der Map, Alter. Was geht ab? Ist mir egal, Alter. Scheiße. Clint out, Mann.